Sprechen wir zunächst über die Bedürfnisse der Vereine. Vereine haben eigentlich alle die gleichen Probleme. Es fehlt am Nachwuchs und es fehlt am Geld. Lokalherz bietet Vereinen die Möglichkeit, über sich zu informieren und sich zu profilieren. Vereine werben für sich und für ihr gemeinnütziges Engagement. Damit gewinnen Vereine mehr Aufmerksamkeit, sie aktivieren ihre Mitglieder und gewinnen neue Mitglieder hinzu. Und das Beste, Vereine generieren eine zusätzliche Finanzquelle. Das geschieht durch unser Spenden- und Sponsoring-Konzept sowie durch zusätzliche Verkaufserlöse aus angeschlossenen Webshops. Unter Vereinen verstehen wir übrigens nicht nur eingetragene Sportvereine, sondern auch lose Zusammenkünfte oder Organisationen aus dem sozialen, kulturellen oder umweltpolitischen Umfeld. Haben Sie Interesse an mehr Informationen, informiere ich Sie gerne.